Wir sind nach Deutschland vom 27. November bis zum 7. Dezember 2015 gefahren. Die Stadt heißt Rheimscheid. Es gibt 100.000 Einwohner. Vor 15 Jahren hat Frau Tanguy diesen Austausch kreiert, um die deutsch-französische Freundschaft zu behalten. Wir waren in Köln und haben den Köln-Dom besichtigt. Danach waren wir in Bonn und haben das Weihnachtsmarkt besucht. Wir haben auch das Haus der Geschichte besucht. Auf dem Weihnachtsmarkt sind wir Schlitzschuh gelaufen. Es war so lustig. Weihnachten ist die beste Periode in Deutschland. Auf dem Weihnachtsmarkt können wir Currywurst essen und heiße Schokolade und Kinderpunsch trinken mit Familie oder Freunden. Wir waren in Wuppertal mit den Austauschschülern, um Bullying zu spielen. Es war toll. Wir haben heute die Münsterbrücke gesehen. Es ist eine Heinzenbahnbrücke. Wir haben heute die Münsterbrücke.